Willkommen zu No Man's Sky. Ich musste kurz überlegen. Nein, es darf hier noch nicht. Aber bald ist es ja soweit. Nicht mal mehr zwei Monate. So, wo war ich denn stehen geblieben? Genau. Ich bin jetzt auf der Raumstation. Jetzt kann ich einmal hier ein bisschen was verkaufen. So, bei ihm war es nicht. Den habe ich auch schon besucht. Wache Yitong. Was kann ich denn hier bei ihm machen? Okay, nichts. Gut, so. Jetzt verkaufen wir mal ein bisschen. Lavakern. Den wollte ich verkaufen. Ah, okay. Guck mal, da steht jetzt 1 für 67 2 2 1. Ich gehe hier nochmal raus. 67 2 2 1. Okay, da steht 69. Okay, nimmt er vielleicht den Durchschnitt, den es gibt hier? Im ganzen Universum. Also, dass die Werte nicht immer ganz so genau sind. Hm, okay. So, verkaufen. Larvenkern. Weiß nicht, verkauft man sowas? Aber ich glaube, mit dem ganzen anderen Kram schaffe ich nicht, das zusammenzukriegen. Die Units. Kobalt. Kupfer. Obwohl, hier mit Kupfer. Was habe ich noch hier? Oh, ich habe einiges. Kürbisknolle. Ne, das bringt alles nichts hier. Salz. Projektil. Ah, hier, diesen Schleim. Da steht Schrott, ne? Das kann ich verkaufen. So, was war das eben? Kupfer. Ach, hier kann ich die Menge festlegen, wie viel ich verkaufen möchte. Okay, ich will alles Kupfer verkaufen. Ja, okay. So, jetzt habe ich genug Kohle für Mikroprozessor. Da brauche ich nur noch zwei, ne? Oder? Ich glaube, ja genau. Komponenten beschaffen, Mikroprozessoren kaufen. Habe ich. Komponenten beschaffen, chromatisches Metall. Raffiniert. Okay, Reisemeinstein erreicht. Weltraum Trucker. 85.907 Units verdient. So, ähm. Chromatisches Metall. Raffinieren. Okay, da sagt er mir schon. Ich soll das in meiner... Ach, das kann ich ja gar nicht. Ah, okay. Ähm. Da muss ich wahrscheinlich zu meiner Base und mit... War das hier oben? Ja, genau. So, mal eben. Da ist sie. Mal eben schauen. Ich weiß nicht genau, was ich da raffinieren soll. Muss ich gleich mal gucken. Ich hoffe, es war nicht das Kupfer, was ich gerade alles verkauft habe. So, da sind wir. Chromatisches Metall raffinieren. Ähm. Raffinieren mache ich hier. Leider kann ich nicht sagen, was ich haben will und er sagt mir, was ich brauche, ne? Ähm. Aus was mache ich hier jetzt? Da geht nichts. Metallplatten. Kürbisklonne. Kürbisklonne. Natrium. Mache ich auch nur Natriumnitrat. Kobalt. Was war da noch mal? Ionisiertes Kobalt. Okay. Äh. Ja. Tritium. Habe ich da schon mal drin gehabt? Die Wasserstoff nur. Sauerstoff. Ja, die Frage ist jetzt, kann ich das irgendwo nachschauen? Komponenten beschaffen. Mikroprozessoren kaufen. Hä? Habe ich doch. Sind die hier noch drin? Ne. Wo sind die jetzt hin? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Silber. Da sind sie doch. Fünf Stück. Hä? War das gerade ein Bug? Hm. Komponenten beschaffen. Chromatisches Metall. Ja. Ähm. Raffin. Chromatisches Metall raffinieren. Ach, muss ich Chromatisches Metall wahrscheinlich dann auch finden? Weil da steht ja, dass ich das raffinieren soll. Das ist auch ein bisschen... Hier kann man nicht irgendwie gucken, was für eine Liste es gibt. Ne? Ne. Okay. Mit Escape vielleicht. Ähm. Rezepte und Baupläne. Steht nichts. Substanzen veredeln. Deckungen machen. Herumkommen. Überlebensgrundlagen. Geld verdienen. Das ist der Handel. Herstellen. Wenn du einen Wissenschaftler an deiner Basis anstellst oder planetare Fabriken und Verarbeitungsanlagen besuchst, gelangst du an neue Produktionsbaupläne. Ah, okay. Aber ich weiß trotzdem noch nicht, wie ich dieses... Das ist hier auch nicht aufgeführt, ne? Ne. Erst wenn ich es entdeckt habe, wahrscheinlich. Ach so, Mist. Chromat da. Chromatisches Metall. Eine verarbeitete Metalllegierung, die in einer Raffinerie aus Sternmetallen hergestellt wurde. Kupfer, Cadmium... Ah, ey. Das war so klar, dass das Kupfer, was ich gerade verkauft habe, jetzt brauche, oder? Je seltener das Sternmetall, desto mehr chromatisches Metall wird erzeugt. Das war sowas von klar. Jetzt brauche ich Kupfer, oder wie? Das andere, Cadmium, Emeril und Indium, habe ich glaube ich nur gar nicht entdeckt, ne? Was haben wir hier so alles? Oh ja, es gibt schon einiges zu entdecken hier. Fleischige... Ach, hier... Ist hier Ende? Ja, okay, da ist Ende. Ach so, der geht links einfach die Liste hoch und runter. Ah, okay, und der blättert einfach immer die nächste Seite an. Okay. Ähm, wo war es jetzt? Kupfer, hier. Ein chromatisches Metall, das durch Fusuren im Kern eines Sterns entsteht. Ah, da steht es doch. Das wollte ich wissen. Also brauche ich jetzt Kupfer und dann kann ich daraus chromatisches Metall machen. Ja, danke. Ich habe auch kein bisschen Kupfer mehr, ne? Äh, Kohlenstoff? Natürlich nicht. Also muss ich jetzt... Ich weiß nicht, ob es hier Kupfer gibt. Beim Gucken. Kupfer gibt es hier. Das sehe ich hier rechts. Verfügbare Ressourcen auf dem Planeten. Kupfer gibt es. Okay. Dann gucke ich mal eben. Ich brauche ja, glaube ich, auch nur ein bisschen. Natrium. Was haben wir hier? Uran. Kupfer. 239 entfernt. Das geht doch. Ja. Wurde es noch irgendwas näher dran? Glaub nicht, ne? Da ist noch so ein Wissensstein. Ne, komm. Ich rum. Ich erstmal hier die Mission machen. Aber unten rechts steht es auch. Sammle Kupfer 250. Aktiviere den Terrainmanipulator. Geh. Verwende das Analysevisier, um Ansammlungen zu finden. Ja, okay. Das habe ich ja gerade gemacht. Okay, auf geht's. Vielleicht sollte ich auch gleich mal unten rechts lesen, bevor ich mir groß Gedanken mache hier. So. Das ist der Minilaser. Das ist der. Abbauen ist richtig. Ah, okay. Hier war ich schon. So ein Mist. Wahrscheinlich auch wirklich alles weg, ne? Ja. Zweikopfer noch. Silikatpulver nur noch übrig. Okay, ich muss mir was Neues suchen. Natrium. Uran. Was ist das da? Trümmer. Abwurfkapsel. Kupfer ist hier. Uran. Frachtabwurf. Gefährliche Flora. So, da ist nichts. Da auch nicht. Da auch nicht. Ey, jetzt finde ich keinen Kupfer mehr. Was haben wir da? Der grabenes Technologie-Modul. Komm. Hol ich das einmal weg, da. Ach, diese Technologie-Module, die waren für... nur für das Erforschen, ne? Ja, 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 stimmt. Aber ich habe gerade gedacht, das sind irgendwelche Random-Upgrades. Aber ne, das war einfach nur für die Forschung, damit ich da mehr freischalten kann. So, gehe ich einmal kurz in die Base. Kurz genau, den Schutz aufladen unten links. So. Dann grabe ich den Kram einmal aus. So, abbauen. Ziel erreicht. Da. Geborgene Daten. Hier. Das ist das einfach, ne? Womit ich das freischalte, oder? Insgesamt 156.000 Units wert. Ui. Okay. Das lohnt sich ja ein bisschen. So, nichtdestotrotz brauche ich Natrium nicht. Ach komm, ich hole auch mal den Wissensstein da vorne. Und dann wird sich schon Kupfer unterwegs finden. Aua. Hast du mich gehauen? da ist er. Du hast ein neues Wort für Tod gelernt. Okay. Ähm, Uran. Da ist wieder ein Wissensstein. Natrium. Uran. Was ist das da? Trümmer. Unbekanntes Gebäude. Okay. Und er ist auch ein bisschen groß da. Hm. Scheint aber ein Freund zu sein. Wo muss ich hin? Hier. Es ist ein bisschen komisch mit dem Sprinten. Ähm, man muss es irgendwie immer neu drücken. Wenn man so ein bisschen Ui, was haben wir hier? Wenn man so ein bisschen hakelig irgendwo gerade von Gehen in Laufen wechselt. Kürbisknolle. Nicht identifiziertes Material. Oh, das gibt es nicht bei mir. Ah, natürlich Gegrabstätte. Was ist denn das hier gewesen? Höhlenkürbis. Kobalt ist da drin. Okay. Ist der Laser leer? Wo habe ich ihn? Da. Min Laser. Komm ich da durch? Oh, gefährliche Flora. Ah, oh. Der hat hier Gift gemacht, okay. okay. Ach cool, wieder so eine Höhle hier unter der Erde. Was haben wir hier? Fleischige Wurzel. Silber ist da drin. Cool. Da habe ich eine Geode gesammelt. Die, das ist nur Silber hier, ne? Aber die Geode kann ich doch aufbrechen. Und dann kommt da Silber raus. Okay. So, das ist nur Feritstaub. Noch mehr Silber. Kobalt. Bücken kann ich mich nicht, ne? Dafür habe ich wahrscheinlich den hier. Wo wurde ich lang? Uralte Ruine. Oh, drei Stunden entfernt. Echt jetzt? Ankunft drei Stunden. Bin ich schon vorbeigelaufen? Kupfer, da. Aber es ist das Kupfer, was ich kenne, oder? Komme ich hier auch raus? Ja, ich wirke etwas verloren. Ich muss mich noch zurechtfinden hier. Jetzt bin ich hier gefangen im Höhlensystem. Hier ist irgendwas nicht identifiziert. Da geht's nicht durch. Dann grabe ich mich mal nach oben durch hier. Zack, da bin ich wieder. Hallo. Was ist das da hinten? Süßwurzel. Hm, so. Uran, Uran, Natrium, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt brauche ich einmal Kupfer und es gibt keinen Kupfer, oder wie? Ey, das gibt's doch echt nicht. Was ist das hier? Gesundheitsstärkung. Es gibt kein Kupfer. Oh, alte Ruine. Ich glaube, das ist zu weit weg. Oh, hat mich gerade erschrocken. Kupfer, ja, Kupferansammlung. Aber ich, ach, weiß nicht, war das jetzt die, die ich schon hatte? Ich bin hier völlig verloren, hier. Ich renne da jetzt einfach mal hin. Hä? War ich das hier? Den habe ich schon, oder? Ja, den habe ich schon, dann, ach, hier war ich doch, hm, na man. hier bin ich doch eben rein. Oh Mann ey, schön im Kreis gelaufen. Ja, und da ist die, die Kupferansammlung, die ich schon habe. So, ich brauche aber eine neue. Was haben wir hier noch? Natrium, also so viel Natrium, Uran, aber kein Kupfer. Absolut kein Kupfer. Da ist meine Base da unten, Raumschiff. Oder fliege ich eben ein Stück? Gebiet entdeckt, Region des Planeten, Mutter Fahdou entdeckt. Hä? Einfach hier so? Okay. Na gut, dann würde ich sagen, ich steige mal ein und in der nächsten Folge fliegen wir mal ein Stück, gucken nach Kupfer und dann sollte ich auch, ja, den Abschnitt von dem, von der Mission hier vollenden können. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.